Also hör mir gut zu, du wirst ne Menge Geld dabei machen, garantiert. Mehr als du wegschleppen kannst, ich sag die Wahrheit, mein Ehrenwort, du schwörst hier. Wenn jemand so schwer losballert wie du, dann klappt das wie das Abend in der Kirche. Sie haben es nicht besser verdient. Nimm's nicht übel, Opa, du bist deiner falschen Adresse. Hey, Amigo, vergiss nicht das Steinchen hier. Wann kapierst du endlich, dass du ihn behalten sollst? Gib dir Mühe, dass du die anderen vier Teile findest, du musst dich hier oben sehen. Bedauere dich stören zu müssen, aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem berühmten Goldklumpen. Wo ist der? So ein wie Disney? Pass auf dich auf, so ein Brocken hat seine Risiken, als würde man bei Gewitter einen Blitzableiter in der Hand halten. Ich weiß, deshalb brauche ich Hilfe. Wer war das? Der Kerl war mir zu neugierig. Meine Leute kann ich nicht mit Luft satt machen, wo ich ein paar Dollar finde, nehme ich sie. Aber ich stelle immer Quittungen ganz aus. Ich brauche das Gold unbedingt. Nur so kann ich meine Ideale verwirklichen. Also raus mit den Klumpen und nicht lange gefackelt. Die verfluchten Kerle wollen mich für dumm verkaufen, aber nicht mit Capone. Mal los, zeig jetzt diesen Kuhfladen! Was erlaubst du dir, du Lümmel? Such nach den Klumpen und wenn du sie findest, bekommst du noch einen Augen von mir. Kuhfladen Kuhfladen